Hallo. Kannst du ein Computer oder hast du mal mit dem Computer geschauft? Wenn du mal mit dem Computer geschauft hast, dann hast du vielleicht auch mal gesucht und in einem Programm geschauft hast und du weißt, was von einem nach dem anderen sieht, du weißt, von hier steht sie das Copying und du hast dort einen Nandau. Dann hast du vielleicht mal, was du hast Copy und Paste gedoet. Und das ist, was ich von dir will von reden. Wo do wir Copy und Paste? Wenn ich von Copy und Paste redet in dieser Lektion, dann meine ich, das, was wir sollen dort anderen tun und wir dort in unserem Leben selbst anwanden. Wofür hast du Copy und Paste? Wenn Gott dir sagt, du sollst einen Nierenwerk einschneiden. Ich will hören, du sollst einen Nierenwerk einschneiden, du sollst einen Nierenwerk einschneiden. Wofür hast du dort? Oder wofür hast du dort? Bloch finde Copy und Paste. Ich finde bloß dort, was dieser sagt, das, was du schon gemacht hast, was du schon gemacht hast, das, was ich gemacht habe. So, worum würden wir dort nicht mehr probieren? Wenn Gott zu dir sagt, der Held ja jetzt zu dir sagt, hey, ich will haben die so steht da. Warum wüsst du das nicht da? Und wir sind alle verschieden. Wir sind auch aus unseren Fingerprints. Jeder ein von unseren Fingerprints ist verschieden. Und wir sind dort so sehr wie auch verschieden. Wenn du eine Kredenzial hast gemerkt oder eine ID, dann wirst du vermehrlich haben, musst du dein Fingerprint loten. Dort kann die mit diesem ID taub stemmen. Und wenn du dann was wählen, ich weiß, besonders in Mexiko, du hast dort, wenn einer gewählt hat, dann muss einer du auch ein Fingerprint geben. Und dort ist, dort ist, dort einem mit einem seine ID, wo er kann taub stemmen. Und ich sage, wo wunderbar ist dort, was Gott auf uns gemerkt hat. Er hat uns verschieden gemerkt. Ich sage, dass unser Fingerprint alle verschieden sind. Denn dort hat er uns auch verschieden gemerkt. Also, es ist wichtig. Gott ist ein Gott von der Freiheit, von der Ideen, wenn er der Schöpfer. Er hat einen Wettbewerb. Er ist der größte Kreative Mensch, wenn er hat einen Wettbewerb, er hat einen Wettbewerb, er hat einen Wettbewerb, er hat einen Ideen gekocht. Er hat einen Port von Gott an uns, wenn er uns merken, dann bloßt er uns sein Odem an. Wir sind auch Creative Being und er hat einen Wettbewerb, er hat einen Kreativ sein. So wieso werden wir dann bloß Copy & Paste? Von den nächsten, wann er uns unikt hat gemerkt, er hat uns verschieden gemerkt, er klagt, dass er uns Fingerprints verschieden sind. Ich hörte ein Message von Predja in Stütze 3 und sie redet von Wo legst du bloß Copy & Paste und wo du nicht das selbst dienen Ideen, wort der Heilige Gäste angeben hat, dort heute die dort geben hat. Woher legst du bloß die andere Menschen echte Brücken und nicht die Vertrauen auf Gott, wort der Heilige Gäste angeben hat und dort nambringt. Wenn er uns will, dass wir verschieden sein sollen. Gott will haben, dass wir verschieden sein sollen, wenn du uns verschieden gemerkt hast. Er hat uns alle einen verschiedenen Talenten gegeben, er hat uns eine verschiedene Gruppe gegeben. Wenn er uns alle einen verschiedenen Talenten gegeben hat, wenn er uns einen Bibel will, dass wir so einen Copy & Paste sollen, dann wird er uns alle daran gemerkt haben. Aber er hat uns nicht. Er hat uns verschieden gemerkt, er hat uns den Heiligen Gäste geeft, um dass wir gerne am Hörchen mit dem Sinnstern hörchen, dass er kann, dass er uns anschaufen, für was er uns hier ist, dass er hat. Das ist nicht, dass er will sein. Das ist auch, wenn wir so tun, als der nächste Tag. Das ist nicht, was er gesagt. Was er gesagt ist, wenn Gott dir sagt, was du sollst tun, was du sollst tun, und dass du nicht in Confidence hast, dort zu tun, ob er etwas Blötschwein dort tun, als das oder das, dann war ich dort, und er hat das all ausgefangen. Er hat uns ein Talent gegeben, er hat uns ein Talent gegeben, er hat uns ein Talent gegeben, um die andere Menschen zu sehen, um die in Sehen zu sehen. Und wenn wir dort tun, dann ist das, als wenn wir ein großes Puzzle aufstellen, mit 5.000 Bieter in der Mai, ein Einbiet online, das ist kein Schmack. Aber wenn das ganze Puzzle topgestellte ist, das ganz feurig ist, dann ist es ein Schmackes Bild. Und das ist, was er will haben, dass wir sein, unser Talent, unser Puzzle-Biet ein Sinn bieten haben, dass wir in Sehen sind, dem einen oder anderen, dass es ein Schmackes Bild geben kann. So weißt du, wer du bist in Christus. So, wenn du weißt, wer du bist in Christus, dann kannst du auch confident sein, dann kannst du auch vertrieend sein, dass das ist, was Gott will haben, und dann kann ich dort den Weg nehmen, den Weg einschneiden, was ich will haben, was ich soll. Und dort soll ich in der ersten Mose, ein Versch 31, du sagst, du wirst perfekt. Gott hat die perfekt gemerkt, wenn er sieht, dort ist Gott. Alles, was ich gemerkt habe, dort ist Gott. Und du sagst, ich und du auch mein Anne. Und er sagt, du bist den König seine Tochter. Wir sind den König seine Tochter, so ist das in Galater 3, Versaussendwintig sagt. So, wenn du den König seine Tochter bist, der König sagt, dieser Schmack hat die, du bist klug, du hast gut, wenn du bist perfekt, wenn er dich gemerkt hat. So, worum würden wir da noch in Tochverträgen fehlen? Dann haben wir alles, was Gott uns geben will. Alles, was du fehlen, das ist du. So, du bist die König seine Tochter. Du bist eine Prinzessin. Dort, wo du bist. Und ein, zwei Beispiele, das würde ich gerne nehmen. Das ist von Maria und Josef. Maria, die wird nicht befrieden. Sie wird noch allein, aber sie hat auch einen Beifern. Und als der Engel Gabriel dahin kommt und sieht, dass sie ein Kind haben und sie soll dem Jesus nahen, dann sieht sie bloß, was wird das passieren? Ich sage, ich werde befrieden. Und wenn sie ein Kind aus der Engel sehen, dass der Heilige Geist würde über er kommen und dort, wo sie ein Baby kennenlernen dann sieht sie, muss das es dort wollen. Sie wird nicht um ihr Leben bekämmert, wenn sie nicht, wo dann, wo wollen die Menschen denken. Wenn dort nie ein Weich wird sie anschnitten, sie wird nicht, wenn andere er offene Ketten in dort, sie wird, was der Engel sieht, sie schnäut in Weich an, was Gott für ihr hat. Und sie sieht nicht, hey, was wird mit meinem Leben sein? Wenn man Menschen mit einem Arm wollen und ein Kind haben und eigentlich befrieden wird, dadurch das Gesamt, würden sie eher kein Steuern gehen, die würden eher kein Dote machen. Aber sie ist doch nicht um sich selbst, sie ist doch an Gott gehorchen. Und gleich so wird auch mit Josef, und sie antwortet, dass sie eine Girlfriend soll nie ein Baby haben, und sie wissen, dass sie nicht sehen, dann wollte sie ihr Plietsch verleten. Und sie wissen, dass sie durch das Gesamt würden sie eher kein Steuern gehen. Und sie blühen, die Plietsch zu verleten. Und über der Engel, der sieht der Arm, verlot dich nicht, nimm dich nicht. Und hier hört den Engel in der Engel, wo der Engel der Arm sieht. In der Engel der Zahn, wo die Religion gesagt wird, von den Gesetzen, die die Juden hören, dort wird du gehen. Aber hier hört den Engel, in der Engel der Engel sieht. Hörst du nur den Helgen Jesu, von dem ersten Tag? Wir sind von dem so viel, wir haben die Gnode, wo sie so ist zu sein, während Maria und Josef am alttestamentlichen Tid, während du stolz, wie Jesus noch nicht gestorben und abgestorben, für unsere Sünden. So sie lebt an dem alttestamentlichen Tid. Du wirst bloß weiße Menschen, wo den Helgen Jesu kriegen. Du wirst bloß weiße Menschen, wo du besorgt wirst, von den Engel. Und wir finden, wir haben den Helgen Jesu. Den Helgen Jesu wurde 2003 unterschert über alle Gläubige. Und wenn wir und Jesus Christus Gläubige in den Ordnung als uns persönliche Herr in Heiland, dann haben wir den Helgen Jesu. Und wenn wir den haben, dann werden wir uns gemeinsam verletzen und das werden wir uns vertellen. So weißt du, wo den Helgen Jesu in der Stamm ist? Hast du den modifiert? Wenn du in der Lehrbahn bist, wo die Idee oder eine Lösung fehlt. Und auf einmal koste ich, dass du eine Lösung tue oder eine Idee tue. Gläubige oder eine Idee tue oder eine Idee tue. dort ist, dort hielt sich nur deine Stamm. Und wenn es dort wichtig, dass einer sich dort lernen wird, zu weiten, gewohnt es dort bloß meinen eigenen Gedanken, erwohnt es dort von den Helgen Jesu. Und wir können dort unterschreiben, und wir können dort lernen, dort unterschreiben. So von der ist Gott bei uns durch den Helgen Jesu. Und dort ist ein Verreich, ein großer Verreich, was wir als Christen haben in dieser Welt. Der wird nicht Christen sein, der hat nicht den Verreich, was wir haben. Und der Helge Jesu will uns lernen, er will bei uns sein, er will mit uns sein, und er will uns helfen durch viele Dinge. So Gott hat uns nicht gemerkt, bloß dem gewohnt, die Average sein, bloß dem Copy und Paste. Er hat uns gemerkt, wie hier für den Zweig und für den Zweig muss man nur umhören, um das Video zu verhalten, für das Wort. Und es Christen, Maria und Josef müssen nur den Engel hören, zum Erdzweig erfüllen, hier bei ihr für das Wort Gott entholt. So, wenn du das kriegst, das Wort Gott von dir will, in die Idee, in der Heu will haben, dass du so creative sein, du so innovative sein, dann er wird dort ein grün uhrschreit merken, und nicht bloß, oh, ich sei das nicht tun, dann war ich dort auch da. Ich war den Copy und dann war ich dort und mir pasting. Hatten je sehen den Dagen, und ich hoffe, dass dort ein sehen gewesen, dass mir dort ein sehen, wir der Lektion in dort lehren von Copy and Paste in Gott will haben, wie sollen seine stemmen, wie sollen ein weich entschlähen, wenn er vielleicht wird ein weich sein, wird noch niemals geschlähen, hat oder niemals wie euer geduhen habt. Seid je beruf genug zum Gott seine stemmen harken den hellchen ja seine stemmen harken in dort down. Ich erraubt und an der taub und ich sporn mit Salz auch an. In den sehnen nach wird wahrach hirn.